bei uns halli alle freunde und willkommen bei einer weiteren runde ja war eine party minecraft und so 6 geil jump ich bin erster das finde ich gut kann sein dass die der part und ein bisschen später kommen weil mein aufnahme mein tonaufnahmeprogramm hat nicht funktioniert und ja muss ich erstmal auch das cd runterladen auch nie wird dran obwohl wird dran ist eigentlich ganz lustig es macht spaß mein game ist kacke uuuh wir probieren auch zum ersten mal aus also die effekte beim äh schildprogramm aus von wegen rauschen entfernen das ist ja relativ schwer das zu entfernen zumindest find finde ich das oh geil beim ersten mal geschafft ok ich bin ein nach vorne nein Fuck you, aber ich bin weiter vorne gestartet. Hat schon jemand das Ziel erreicht? Nein. Fuck, ich kann es vergessen. Was ist denn das? Oh. 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 Ich bin dein Ernst? Och mann. Kann doch nicht sein. Hallo, Dia. wo war ja auch noch alter übertreibt nicht es wird gespielt das spiel wo ich gerne rumba color match für höchstige profis geht einfach viel zu schnell oh 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 alter oh 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 blau 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 rot was jetzt bin ich raus das war jetzt aber meine eigene dummheit das war meine eigene dummheit das das erlaube ich sogar das erlaube ich ich muss ja mal alles erlauben damit es damit das da sein darf denn es aus anglappisch so nette namen 5 geil das ist doch schon mal schön blau 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 wenn alle meine Farbe hin blau 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 ist alles was ich mag und ich habe natürlich kein guter Welt auch Mann weil ja ja ich bin da also ja 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 red light green light oh und was verloren und ja natürlich natürlich jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder eine 2 das ist doch zum kotzen zum kotzen so so aus wie Paluten sag ich doch 3 ähm nein Saraza war viel also Saraza 1 das war nicht wirklich lustig ach ne nö frei frei das würde ich immer ganz knapp verkacken und halt die Fremde genau die Welt leidest gar nicht fuck und verloren was kennst mich mal Och Mann Mann kann doch nicht sein Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Hacker was schlecht nice Hexe dir so easy dann meiner Meinung nach auch kommt nein immer noch nicht nein 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 nicht im Ernst ich hab gutes Fels ok und hier schreibt man genau gg dann würde ich sagen ähm sehen wir uns im nächsten Video bis dann tschüss tschüss re w w